Und Taki 72 immer noch ganz oben auf der obersten Schicht. Da ist einer. Rettungs-Perform, Rettungs-Perform. Kriegen sie es mit? Der ist kriegt mit. Bett ist offen, Bett ist offen. Wittox holt das Bett. Schön gemacht, schön die Situation ausgenutzt. Wittox holt sie das Bett. Wittox ist für mich der beste Spieler an diesem Spiel. Hat gute Arbeit geleistet. Stark gemacht. Wittox hat das Bett geholt. Die Wittox hat das Bett weg. Das war schnell. Das ging jetzt ganz, ganz schnell hier. Wittox wieder. Immer noch für mich der beste Spieler derzeit bei Luma Army. Enoxi gegen die Wissberg Tatum. Taki 72 und Wittox 72. Wittox 72, einer der besten Spieler am heutigen Tage. Wittschau. Untertitelung. 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 Untertitelung.